Das ist gekocht als Schinken, das ist Teelwurst, das ist Erdbeerwurst Das ist Salamine, das ist Schinkenwurst, das ist Erdbeerkäse In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst sind schicke Wurst und in Erdbeerkäse Für mich ist wichtig ist so ein Essen, frisches Essen, weil es gesund ist Für meine Kinder kann es auch mal aus der Dose sein Leute die mag Bio essen, sind dick, bieten den ganzen Zucker Wurst und Brot haben keine Zucker und machen deshalb auch nicht dick Das ist gekocht als Schinken, das ist Teelwurst, das ist Erdbeerwurst Das ist Salamine, das ist Schinkenwurst, das ist Erdbeerkäse In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst sind schicke Wurst und in Erdbeerkäse Für mich ist wichtig ist so ein Essen, frisches Essen, weil es gesund ist Für meine Kinder kann es auch mal aus der Dose sein Leute die mag Bio essen, sind dick, bieten den ganzen Zucker Wurst und Brot haben keinen Zucker und machen deshalb auch nicht dick Das ist gekocht als Schinken, das ist Heewurst, das ist Erdbeerwurst, das ist Erdbeerwurst, das ist Salamine, das ist Schinkenwurst, das ist Erdbeerkäse In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst sind schicke Wurst und in Erdbeerkäse Für mich ist wichtig ist gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist Für meine Kinder kann es auch mal aus der Dose sein Leute die was Bio essen, sind dick, bieten den ganzen Zucker Wurst und Brot haben keinen Zucker und machen deshalb auch nicht dick Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020